Hast du in deinem Freundeskreis auch so eine Person? Jeder kann sie richtig gut leiden, jeder will mit ihr zu tun haben und irgendwie bekommt sie immer genau das, was sie will. Möchtest du auch so sein? Dann bleib dran, denn in diesem Video erfährst du einen extrem effektiven Tipp, mit dem du sofort beliebter werden kannst. Für das heutige Video habe ich Pierre von Dein Charisma Coach eingeladen. Er hat mit seinem Team erst vor kurzem auf YouTube angefangen, macht aber extrem hilfreiche und gut recherchierte Animationsvideos rund um das Thema Charisma. Ich bin mir sicher, dass sein Kanal bald richtig groß sein wird. Ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens, für alle, die bis zum Ende dranbleiben, gibt es noch ein kleines Geschenk von Pierre. Quasi als Dankeschön, dass er hier ein Video hochladen durfte. Aber jetzt hören wir uns erstmal seinen Tipp an, um sofort bei unseren Mitmenschen beliebter zu werden. Beliebte Leute gehen viel leichter durchs Leben, weil sie wissen, wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen müssen. Sie verfügen über ein breit gefächertes Netzwerk, weil sie kein Problem damit haben, auf andere Leute zuzugehen. Sie bekommen Vertrauen, Zuspruch und Anerkennung von ihren Mitmenschen. Ihre Ideen werden leichter implementiert und umgesetzt und sie haben außerdem mehr Optionen bei der Partnerwahl. Sicher fällt dir gerade jemand ein in deinem Freundeskreis, der genau diese Eigenschaften verkörpert. Stell dir vor, du könntest das auch. Es ist fast schon möglich, auf Knopfdruck beliebter in seinem Umfeld zu werden, wenn man bestimmte Verhaltensweisen beachtet. Und das Beste dabei, es ist erlernbar und du kannst es in der Praxis sofort testen. Menschen sind emotionale Wesen. Das Erste, was du beachten musst, wenn du dich mit Menschen umgibst, ist, dass du es mit emotionalen und nicht mit logischen Wesen zu tun hast. Selbst die Leute, die sich als logische Personen bezeichnen, treffen emotionale Entscheidungen und rechtfertigen diese mit logischen Schlussfolgerungen. Um beliebt zu werden, willst du ein gutes Gefühl bei der anderen Person auslösen und dieses positive Gefühl mit dir verbinden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Überlege dir, in welchen Situationen du mit anderen Menschen bist und ein gutes Gefühl dabei hast. Du kannst davon ausgehen, dass deine Mitmenschen in vielen Punkten genauso sind wie du. Sie werden in ähnlichen Situationen ebenfalls ein gutes Gefühl haben. Deine Aufgabe ist es jetzt, bewusst solche Situationen zu erschaffen. Ein Weg, wie dir das garantiert gelingt, ist, indem du deinen Mitmenschen deine aufrichtige Anerkennung aussprichst. Es ist jedem einleuchtend, dass jeder Mensch gewisse körperliche Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen hat. Werden diese Grundbedürfnisse vernachlässigt, kommt es zu Mangelerscheinungen und es kann sogar zum Tode führen. Neben den körperlichen Grundbedürfnissen gibt es auch die seelischen Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Der Mensch ist von Natur aus ein Herdewesen. Wenn wir früher alleine waren, hat es den sicheren Tod bedeutet. Der Mensch war nur in einer Gruppe stark und obwohl wir heute keine Gruppe mehr brauchen, um zu überleben, ist es tief in uns verankert, eine Gruppe zu finden. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Wir wollen nicht nur Teil einer Gruppe sein, sondern von der Gruppe akzeptiert, anerkannt, wertgeschätzt und geliebt werden. Dafür gibt es auch einen wissenschaftlichen Beweis. Wenn der Mensch Anerkennung erhält, wird das Hormon Dopamin ausgeschüttet. Es ist zuständig für die Motivation, übernimmt die Funktion des Belohnungssystems und ist als Glückshormon bekannt. Der Mensch ist süchtig nach Dopamin. Die einzige Frage ist, auf welche Weise die Person das Dopamin bekommt. Wenn wir also Anerkennung erhalten, signalisiert unser Gehirn, dass wir etwas Gutes gemacht haben und belohnt uns dafür. Es passiert aber noch mehr. Beim Lob wird ebenfalls Oxytocin ausgeschüttet. Dieses lässt uns entspannen, löst Lebensfreude aus und ist zuständig für die Verbindung zu unseren Mitmenschen. Je stärker das Lob oder die Zuneigung, desto mehr Oxytocin wird ausgeschüttet. Wenn du also jemanden aufrichtig Anerkennung aussprichst, registriert sein Gehirn, dass es etwas gut gemacht hat, indem Dopamin ausgeschüttet wurde. Du hast also ein gutes Gefühl bei der Person ausgelöst und das Oxytocin sorgt dafür, dass dieses Gefühl mit dir verbunden ist. Wie wichtig ist dir Anerkennung? Sei mal ehrlich zu dir selbst und denk darüber nach, wie wichtig dir die Anerkennung von deinem Umfeld, deinen Freunden oder deiner Familie ist. Was machst du alles dafür, um Anerkennung zu erhalten und wie schaut es eigentlich in der Realität aus? Bekommst du die Anerkennung, die du eigentlich verdient hast? Was sind die Folgen von zu wenig Anerkennung? Wenn es bei dir so ist, wie bei dem Großteil der Menschen, bekommst du nur einen Bruchteil von der Anerkennung, die du eigentlich verdient hättest und noch viel weniger, wie du gerne bekommen würdest. Aus diesem Grund entsteht emotionaler Stress, denn es gibt eine starke Differenz zwischen großer Anstrengung und geringer Anerkennung. Es wird kein Dopamin im Gehirn ausgeschüttet und deshalb fühlt sich die Person nicht belohnt für die harte Arbeit. Es entsteht das Gefühl, sich anzustrengen, ohne etwas dafür zu bekommen. Geld ist zwar eine Form von Anerkennung, aber eine künstliche, weil unser Gehirn das moderne Konzept von Geld nicht fassen kann. Die Leute wollen also nicht nur Geld für ihre Arbeit haben, viel wichtiger ist ihnen Anerkennung. Wenn diese fehlt, fühlen sich die Leute vernachlässigt, unzufrieden und genau aus diesem Grund entsteht zum Beispiel Burnout. Durch fehlende Anerkennung, besonders in der Kindheit durch die Eltern, entsteht in der Person ein mangelndes Selbstwertgefühl. Deshalb ist die Person auf der Suche nach Anerkennung von außen, was zur Abhängigkeit führt. Diese bekommt sie in den seltensten Fällen und auch nicht in dem Maß, wie sie es verdient hätte. Viele Leute träumen von einem Leben, wo sie anerkannt werden. Das äußert sich zum Beispiel in dem Wunsch, reich und berühmt zu werden. Wenn dies aber nicht eintrifft, führt es zu mehr Enttäuschung und die Negativspirale beginnt. Anstatt in der enttäuschten Realität zu bleiben, wird eine Traumwelt erschaffen, wo dieser Zustand erreicht wird oder es wird zu Drogen gegriffen, denn beim Konsum von Drogen wird ebenfalls Dopamin ausgeschüttet. Diesen Kreislauf kannst du aber durchbrechen, indem du anderen Menschen Anerkennung gibst. Sie bekommen das, wonach sie unterbewusst streben. Übertrieben gesagt müssen sie nicht mehr in ihre Traumwelt oder in den Drogenkonsum flüchten. Dieses gute Gefühl verbinden sie mit dir und sie werden unterbewusst zu dir angezogen sein, denn sie wissen, dass sie bei dir das letzte Mal ein gutes Gefühl hatten. Der Mensch handelt entweder, weil er ein gutes Gefühl haben will oder ein schlechtes Gefühl vermeiden möchte. Jetzt weißt du also, wie du bei anderen Menschen ein gutes Gefühl auslösen kannst und dich auf Knopfdruck beliebt machen kannst. Du hast sogar den wissenschaftlichen Beweis dafür. Wann es nicht funktioniert. Jetzt denkst du dir vielleicht, ich will aber nicht anderen Leuten schmeicheln, mich verstellen, nur um beliebt zu werden. Das musst du auch nicht, denn ich rede hier nicht von schmeicheln, sondern von aufrichtiger Anerkennung. Also sag nicht etwas, was die Person gerne hören würde, mit der Absicht, dass sie dich danach mag, sondern etwas, was du tatsächlich an der Person wertschätzt, respektierst oder bewunderst. Probier es mal in deinem Leben aus. Das nächste Mal, wenn dir eine Situation auffällt, wo eine Person sich für dich anstrengt, nehme es nicht als selbstverständlich an, sondern bedanke dich aufrichtig bei der Person und sag der Person, wie sehr du es wertgeschätzt hast, dass sie so hilfreich ist und immer für dich da ist. Vielleicht denkst du dir aber, ja, ich finde nichts, was ich loben kann, weil so viel verkehrt läuft. In diesem Fall liegt es aber an dir. Dein Fokus ist wie bei den meisten Leuten auf das Negative gerichtet und dir fällt gar nicht auf, was für positive Eigenschaften deine Mitmenschen haben. Sprich also in dieser Woche drei Leuten deine aufrichtige Anerkennung aus und sei gespannt, was passiert. Mit dieser Technik kannst du mit einer nur kleinen Veränderung wirklich beliebter in deinem Umfeld werden. Vielen Dank für das starke Video. War richtig interessant. Kommen wir jetzt noch zum versprochenen Geschenk. Pierre hat zusammen mit seinem Team sechs Monate lang an dem umfassendsten und meiner Meinung nach besten deutschsprachigen Online-Kurs zum Thema Charisma gearbeitet. Der Kurs beinhaltet etliche Videos, in denen du lernst, wie du beliebter wirst, Leute von deinem Standpunkt überzeugst, Konflikte leicht löst und ganz allgemein, wie du dich und dein Umfeld positiv beeinflussen kannst. Dazu gibt es einen konkreten Vier-Wochen-Plan, der dich motiviert, die Inhalte nicht nur passiv zu konsumieren, sondern wirklich in die Tat umzusetzen. Ich glaube, man hört, dass ich ziemlich begeistert von dem Kurs bin, aber er ist einfach wirklich gut und im deutschsprachigen Raum gibt es nichts Vergleichbares. Für alle Abonnenten bietet Pierre als Dankeschön, dass er ein Video auf diesem Kanal hochladen durfte, einen 10%igen Gutschein und eine unkomplizierte, vollständige Kostenrückerstattung an, falls dir der Kurs nicht gefällt. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, ihn zu testen. Ein Link dazu und den Gutscheincode findest du in der Beschreibung. Ansonsten kannst du hier noch Piers Kanal abonnieren oder dir weitere spannende Videos anschauen. Also, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.